Einen wunderschönen guten Morgen. Recht kalt und noch kälter. Heute sind die restlichen Vorbereitungen noch dran für das Drums & Barbecue. Also Einkaufen fahren, die Backline hinbringen, aufbauen, schmücken, alles was zugehört und dann wird es auf jeden Fall gerade über das Wochenende. Ja, das war's schon. Ich begebe mich dann jetzt mal in den Tagesstoss. Also bis später. So liebe Leute, jetzt endlich melde ich mich auch mal wieder. Wir sind jetzt gerade angekommen mit unserer Location, haben jetzt hier ganz viele Trommeln und weil gestern so viele Fragen waren, nein, das ist noch mein zusätzlicher Stuff, den ich habe. Das ist nicht wenig, das weiß ich, aber nichtsdestotrotz ist die restliche Backline, die sie uns geklaut haben, nicht mehr aufgetaucht. Soviel erstmal dazu. Wir haben jetzt hier so ein richtig schönes Scheunchen und ganz viele kleine Helferchen und wir bauen jetzt mal weiter auf und dann freuen wir uns aufs Wochenende. Das war's schon mal wieder. But I don't want another lover, another lover